Deutsche und italienische Unterseeboote vermochten im Atlantik, Mittelmeer und im Nordmeer mehrere zehntausend Tonnen feindliche Handelsschifftonnage zu versenken. Im Mittelmeer ist es deutschen und italienischen Unterseebooten darüber hinaus gelungen, mehrere feindliche Truppentransportschiffe zu zerstören. An der Front in Afrika konnten die angloamerikanischen Streitkräfte keine nennenswerten Geländegewinne erzielen. An der Front vor Leningrad ging der Beschuss von kriegswichtigen Zielen mit schwerer Artillerie weiter. Es konnten mehrere vernichtende Treffen in kriegswichtigen Rüstungsbetrieben beobachtet werden. Sowjetische Sturmtruppen versuchen weiterhin, unsere Truppen im Bogen von Rzhev zu binden und Geländegewinne zu erzielen. Unsere tapferen Soldaten verwehren ihnen diesen Erfolg. Im Süden der Ostfront ziehen sich unsere Truppen weiterhin planmäßig und geordnet auf Rostov zurück und verstärken so die dortige Verteidigung. Die Bolschewisten konnten geringe Geländegewinne erzielen, welche jedoch in keinem Verhältnis zu den schweren Verlusten stehen. Die Kräfte unserer Heeresgruppe A gehen weiter planmäßig auf den Kuban zurück, um dort einen Brückenkopf zu bilden und für neue Offensivaktionen bereitzustehen. 6. Januar 1943 Vormittags Hauptquartier Oberbefehlshaber Ost Eine aufgeheizte Stimmung herrscht im Hauptquartier des Oberbefehlshabers Ost, im Rumjanziv-Paschkewitsch-Palast in Gome. Neben dem Oberbefehlshaber, alle an der Ostfront eingesetzten Truppen des Großdeutschen Kaiserreichs und seiner Verbündeten, Feldmarschall von Mahnstein, haben sich in einem der vielen opulenten Festsäle, die Herren Generalfeldmarschall Ewald von Kleist als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, Generalfeldmarschall Maximilian von Weix als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B, Generaloberst Höbner als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Dorn, Generalfeldmarschall Günther von Kluge als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall Georg von Küchler als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord und der Oberbefehlshaber Nord, Generaloberst Eduard Dietl, eingefunden. Darüber hinaus sind die Luftwaffenbefehlshaber der Luftflotten 4, 1 und 5 sowie des Luftwaffenkommandos Ost anwesend. Dies sind Generaloberst Wolfram Freiherr von Richthofen, Generaloberst Alfred Keller, Generaloberst Hans-Jürgen Stumpf und General der Flieger Joachim Köhler.